Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3 und ja, letztes Mal habe ich euch ein bisschen hängen gelassen und jetzt gehen wir in die Kammer. Und ich glaube, also das da sieht nach dem Endboss aus, oder? Also hier sind die zwei Arme, hier ist der Kopf, der in den Steinen drinne ist, inne drinne und hier leuchtet was. Hallo? Na, ich glaube, gegen den kämpfen wir jetzt. Gut, dann wollen wir mal. Kamere dich um das Kammermonster, dann werden wir es auslöschen, bevor die Kalypsus kommen. Wächter? Das ergibt keinen Sinn. In einer Kamera soll doch ein riesiges Monster sein. Hier rüber, ihr Hackfressen. Au. Hier, ich hab's voll drauf. Du, nie. Ah, okay. Wer nach einem Monster verlangt, der bekommt eins. Warte, ich schaue erstmal, was für ein Skill ich noch nehme. Hm, ja, ich würde mal fast sagen, der ist da. Nächstes Mal. Warte mal. Feiert Explosiv geschossen. Was habe ich dafür jetzt? Äh, ja. Äh, 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 was passiert hier? Was passiert hier? W-w-was passiert hier? Äh, äh, äh. Schrei, schrei, schrei. Okay. Äh. Blassschwarz. Gibt's doch nicht hier drin? Ich hoffe nicht. Ah. Äh. Schon wieder hinten. Ui, Juni. Scheiße. Nein, nein. Verdammt. Wo sind sie? Da. Ich kann nichts sehen. Danke. Ah. Äh. Nein, 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 nein. Oh. 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 es ist eine Heilung nein 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 er zieht halt rein wieso wieso jetzt habe ich ihn warte ich gleich gut gemacht Kamerjäger ich habe ein paar technische Spielereien ausgetöpnet mit denen wir das Kamer Monster neutral so dass es nutzlos für die Kalypsus ist schnell 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 atme Tennis du schaffst das versuchen wir es mal tritt etwas zurück wie schon gesagt neue technische Spielereien ja es funktioniert hoffe ich Tennis alles in Ordnung nur noch ein kleines bisschen hervorragend es hat funktioniert habe ich Lilith ja gesagt Sir Hammerlock hat mir mal gesagt dass man beim Jagen einer Bestie ihr am besten die Nahrung entzieht hungernde Kreaturen machen Fehler jetzt wird Tyreen Kalypso keine Kraft mehr aus dem Kamer Monster ziehen können was zum Geier hast du gerade echt das Kamer Monster umgenietet jetzt war alles umsonst oh ich habe so einen Hunger ah dann muss ich wohl ein paar Tinks leer schlürfen schmecken wie Knabberkrabben nur lauter ihr Typen seid der letzte Dreck wisst ihr das absolut unfair jetzt sind wir wohl alleine du kannst tiefer in die Kammer gehen um deine Beute einzusammeln ich sehe mir derweil die eridianischen Technologien an alles klar nice 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 ja hat auch gut geklappt ok 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 werte boost die Kammer die Kammer die Kammer ist tatsächlich mit der von dir geöffneten Promitea Kammer verbunden und mit Pandora da ist auch noch ein viertes Kammer Symbol das ich nicht kenne hat Tyreen Kalypso etwa die Wahrheit über die große Kammer gesagt beunruhigend na los wir kehren zusammen zur Sanctuary zurück ich muss Lilith davon erzählen ja solche ich mach mal ja nee äh Pistolen ne meine ist besser definitiv warte aber äh Geld äh da schon wieder Pistolen was er um sie naja so und so geil war waren die jetzt irgendwie nicht Gibt's hier noch was? ähm ja auch ne aber wie jemand so schön so schön sagt der Weg ist das Ziel aber echt hier nur grüne Items und ein blödes blaues ach die ist doch kacke naja ja mal schauen ob die Kalypsus ja jetzt äh in die Tennis äh töten ja doch nicht komm mal Jäger wir sollten etwas besprechen ja war klar war klar war klar und weg ist sie oh mann als ihr das Monster umgenietet habt dachte ich verdammt aber wir haben größeres im Visier Lilith die Kalypsus haben sich Tennis geschnappt nein verdammt Kammerjäger ich brauch dich sofort auf der Sanctuary ja und das ist das war mein Glückler die Klinien Vorscheidungen und so so das schwebende Grab dann gehen wir mal zurück dann gehen wir mal zurück die Klinien die Klinien die Klinien ja die ganze Zeit sehr kalt wie Eisnack na egal ähm funktioniert nicht so wie du denkst schon später ne generiert äh ein Singultaneffekt der Falle zu dir zieht ah jetzt kann ich endlich das machen super so ja schon bekannt schon bekannt Schmetter und Brunenschaden not interesting Brunenschaden 80% ist gut hatte nur ein Champion was zum Henker was zum Henker was zum Henker okay also schlechtestes nicht ähm ähm und was ist das für eine ähm und was ist das für eine die ist eigentlich schon geil die ist eigentlich krass die werde ich auf jeden Fall behalten die da ist natürlich auch krass dann schauen wir mal wie viel wir verloren oder vergessen okay dann mal zum Verkauf so so warte genau den behalten so den uh Ah. Ja, ne, äh, da ist das da schon besser, oder? Warte mal. Ich schau mal kurz, äh, so. Hier, indirechten Schaden, äh, den ich auszahl, verdoppel 21% zur Verdopplung. Mhm. Und hier, hehe, das hab ich grade geschaut. Warte mal, was haben wir denn noch, ähm, okay, die anderen, was, was gibt's hier, das da, Brandschaden wird erhält, was eigentlich, ja, ja, das ist besser. Das ist besser. Versuchen, den Kammerjäger zu kontrollieren. Vorerst, tu, was ich verlange. Ja, ja, es funktioniert. Ja, das ist gut. Und weil indirekten Schaden brauche ich immer. So. Hm, 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 nein, das ist es nicht. Kauf schnell auch noch den Rest, die sind sehr limitiert. Mhm. Das ist eines der besten SDUs, die du kaufen kannst. Also kauf es schon. Ich muss einfach weiter lernen. Ich hätte irgendwie Lust auf eine Runde Hacksüpfen. So, gut. Dann, sprich mit Lilith. Wären wir natürlich tun. Äh, was ist denn da passiert? Ich hätte es wissen müssen, damit rechnen müssen. Das ist genau das, was ich befürchtet hatte. Red nicht über Tennis, als wär sie schon tot. Wir haben noch Zeit. Wir können an die Vertragung. Natürlich. Wir haben eure Wissenschaftlerin. Wenn ihr ihr Leben wiedersehen wollt, muss ich euch enttäuschen. Ja, weil du Ärsche frisst. Hm, Skankärsche. Wir sind zurück, habt ihr sehr was? Coole Masken, oder? Vorbestellerbonus. Oh, Tag, die Spendenaktion. Spoiler-Alarm! Wir stehen irre kurz davor, die große Kammer zu öffnen. Wir haben den Schlüssel und er ist riesig. Es ist ein Haufen Eridium nötig, um ihn aufzuladen. Dafür sammeln wir Spenden. Und weil unsere Anhänger immer ausrasten, denn wir einen von euch opfern, haben wir abgeschickt. Ist es zu fassen, schräge Wissenschaftlerin stand ganz oben auf der Mordmundschliste. Knapp war ein nerviger Roboter, aber nur ganz knapp. Apropos Mord. Kannivora ist hungrig. Gleich beginnt die Show. Das wird mörderisch gut. Tennis. Wenn wir nichts unternehmen, werden sie sie umbringen. Tennis hat alles riskiert, um Tarin von diesem Kammermonster fernzuhalten. Sie hat mehr verdient, als zur Unterhaltung von zwei Psychopathen zu sterben. Wir gehen zurück nach Pandora. Kammerjäger, rette sie! Die Kalypsos haben eine Karnivora erwähnt. Such Warn auf. Ich habe ihn zu einem alten Außenposten der Crimson Raiders in Devil's Razor geschickt, um die KDK zu beobachten. Er weiß bestimmt, was da abgeht. Du schaffst das, Kammerjäger. Du Tier, du. Geh und rette die Wissenschafts-Lady. Du Tier, du. Okay. Alles klar. Dann retten wir sie mal. Hey. Hi. Okay. So. Ich weiß gar nicht, ob das dann schon der Endfight dann wird. Nee, ich glaub noch nicht. So. Dann bitte Orbit. Dann bitte Pandora. Die Einöde. Uh. Da gibt's hier viel. Wo müssen wir hin? Müssen wir hier hin? Ja doch. Das ist ein bisschen blöd, aber egal. Ja, dann einfach hier hin. Du reist zu einem Außenposten namens Rowland's Grab. Und der andere Piste einfach mal. Du reist zu einem Außenposten namens Rowland's Grab. Warna wartet dich dort. Gut. Dann machen wir das mal. Ich glaube erst in der nächsten Runde, oder? Ich bin jetzt bei 20 Minuten angekommen. Dass ich auf eine andere Art sterbe. Bis zum nächsten Mal.